Christian Morgenstern Wohin? Gelesen von Christopher Peters Wohin noch wirst du mich reißen, Gollose Sehnsucht? Wohin? Wohin? Hinter mir, dunkles Vergessen gebreitet, Vor mir der Zukunft dunklerer Pfad. Aber noch halt meine Hoffnung in Hufschlag Vor den rollenden Rädern, Auf denen hoch aufgerichtet ich noch Allen Gefahren heiter trotzend die Ferne suche. Schatten und Lichter, vorüber, vorüber, In den tiefen, klirrende Ketten. Nicht an mir, nicht für mich. Mich lasst hinweg, höher hinauf. Freiheit, Leben, Zukunft, Sterne, empor. Noch halten die Götter goldene Schilde Schützend über mein junges Haupt. Schüpf Untertitelung des ZDF, 2020